Ich darf die nächste Gruppe ansagen, 1970 wurde ein Event gegründet, es handelt sich um eine britische Rockband. Sie schrieben, sagen Titel wie We Will Rock You oder We Are The Champions und vieles, vieles, vieles mehr, was wir alle kennen. Daher darf ich die Bühne nochmal freigeben für unsere nächsten Darsteller aus dem Thema Queen. Bühne frei! In einer fernischen Gesellschaft, auf dem Planeten Ebay, wie die Erde mittlerweile heißt und die von der Prämonischen und der Leitung der Killer Queen diktatorisch regiert wird, ist richtige, handgemachte Musik verboten. Stattdessen wird der gleichgeschalteten Gesellschaft monotone, computergesteuerte Gaga-Musik diktiert. Ein Teil der Gesellschaft rebelliert gegen das Regime, kämpft für die Freiheit der Gesamtung, der Mode und im Wesentlichen der Musik. All we hear is Radio Gaga, Radio Google, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga, Radio Google, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga. We know what's new, because I still love you. Let's go. Yes, boys. So cool. There's just what we hear is. She keeps always, shut up. And I'm pretty clever that I'm happy. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020